Hallo ihr Lieben, ich muss was mit euch teilen und zwar sitze ich gerade im Auto und muss den sauber machen. Das macht man halt manchmal so, ne manchmal muss man das Auto sauber machen und ich benutze dafür unseren Counter Cleaner. Und ich habe jetzt den Duft Lemon Squeeze dabei, der stand halt ganz vorne, jetzt habe ich ihn einfach eingepackt. Ich nehme das immer mit einem Mikrofasertuch, sprühe das drauf und mache dann die Flächen damit sauber und es ist einfach so schön. Das ganze Auto riecht, als würdet ihr in Italien auf einem frischen Zitronenfeld stehen. Richtig geil und das Schöne am Counter Cleaner ist, der macht euch eine Versiegelungsschicht auf die Oberflächen und es bleibt kein Staub mehr haften, kein Dreck mehr. Ihr müsst viel weniger, also viel seltener putzen und es riecht einfach so gut. Schaut auf sichereduftlampen.de unter Reinigungsmittel findet ihr den Counter Cleaner. Ich feiere den total hart und das war auch damals der Grund, warum ich bei Sensi angefangen habe, weil das einfach so ein gutes Zeug ist. Wenn ihr mal eine Probe haben wollt, sagt gerne Bescheid, dann schicke ich euch das zu. Und ich muss jetzt noch mal kurz putzen. Seht ihr das, wie schön sauber das wird? Mega gut, einfach ricken. Ich verdufte, bis dann, ciao.